Was? Je mehr, desto lustiger. Aloy, übertreibs nicht. Ich glaube, es hakt. Okay, besser. Immer diese... Was ist denn? Was ist denn? What's that? Keine Munition. Das ist schön. Ja. Danke. Ich mach das schon. Digga. Mit deinem Kack, Alter. Äh... Ich hasse diese Sturmvögel. Ich will nicht mehr! Ja! Ja! Da! Ja! 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 Was ist das? Ja, was für ein Treffer! Was ist das? Was ist das? Ich muss angreifen, solange die Säure noch wirkt. Lassen wir die Pfeile fliegen! Immer weiter so! Donnerkiefer erledigt! Jetzt noch der Sturmvogel! Mama! Meine Güte! Ich war schon immer da! Ich liebe ihn! Ich liebe ihn! Ich bin der Sturmvogel! Weiß doch aus! Ich bin der Sturmvogel! 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 Hoihoihoihoi! Ola! Ich bin der Sturmvogel! Ja! Ich bin der Sturmvogel! Ich bin der Sturmvogel! Ich bin der Sturmvogel! Ich bin der Sturmvogel! Was macht ihr denn hier draußen? Frag meine Großmutter! Ich habe meinen Wachdienst verlassen, um nach ihr zu gucken! Sie wollte die Blüten sehen und will nicht mehr weiter! Seit wann interessiert sie sich für Blumen? Es sind nicht nur Blumen, mein Kind! Es sind Scharlachstiele! Ihr Duft beruhigt die Nerven! Das hat mir vor vielen Jahren ein Utaru-Samensucher erzählt! Ein Utaru? Jetzt erzählst du Märchen! Wenn damals einer hier gewesen wäre, hättest du ihn direkt getötet! Konnte ich nicht! Ich sah ihn Blumen pflücken! Hier ganz in der Nähe, auf Tenaktgebiet! Ich wollte ihn niederschlagen, doch er hat gesungen! Gesungen? Kann mich nicht an die Melodie erinnern, aber an seinen Tonfall! Und an seinen Namen! Milo! Er blieb damals für ein oder zwei Tage! Ich nahm den Wachdienst an, damit ich zu ihm konnte! Und er hat seine Rückkehr nach Rheinklang verschoben! Für die Blumen, sagte er! Seid mir bitte, dass ich nicht von einem Utaru-Gärtner abstamme! Beinah! Beinah! Aber meine Lust zu kämpfen war stärker! Und er musste zu seinen Leuten zurück! Ich dachte an das, was ich mit ihm gehabt hätte! Und ob er genauso denkt! Würde er mich gern in Rheinklang sehen? Oder nur einen Scharlachstiel annehmen? Es ist weit bis nach Rheinklang! Aber ich bin manchmal dort! Ich kann ein paar Scharlachstiele pflücken und sie Nilo geben, wenn ich ihn finde! Bitte! Er war dort ein Kräuterkenner! Ich weiß, viel Zeit ist seitdem vergangen! Doch ich möchte wissen, ich möchte, dass er weiß, du weißt, was ich meine! Ich glaube ja! Eine alte Frau zu ermutigen? Warum machst du das? Warum nicht? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Okay! Wir müssen Blumen pflücken! Das ist doch mal eine schöne Aufgabe hier! So! Wie heißt es? Scharlachstiefel! Und hier! Nö! Das war es nicht! Yay! Haben wir! Reinklang! Oh, das ist aber weit weg! Ui! Jupp! Sollte den Kräuterkender suchen! Vielleicht ist es Nilo! Ich könnte ihm die Scharlachstiele geben! Oh! Oh! Wieso? Ja! Und ich möchte ihm das alles machen! Jetzt sagt er so, hey was? Die kenn ich gar nicht! Keine Ahnung von wem du redest! Das wären die Männer heutzutage! So, was? Welche? Ich weiß nicht mehr. Ich habe so viele gedatet. Du weißt gar nicht mehr, wen du rennst. Nein, aber jemand anders auf einer Hand. Danke, ich versuch's im Fußgarten. Der Rest am Heim in der Gedenkstätte. Eine schöne Grüne Meldung. Und wenn er dort ist, fliegt er so bestimmt. Danke nochmal. Freut mich zu helfen. Ich hoffe, du findest den Fuß wie du nach dir suchst. Ich heule gleich, Alter. Der Gesang ist eine Katastrophe. Bitte danke. Schnell weg hier. Wer? Äh, hallo. Eine Nora. Hier. Du bist weit weg von zu Hause. Du hast wohl recht. Ich suche einen Kräuterkenner namens Nilo. Ich glaub, du hast seinen Namen erwähnt. Du bist am richtigen Ort. Seine Samen sind hier vergraben, wo er die Blüten anderer pflegte. Zum Beispiel meine Mutter. Ich bin seine Tochter, Gia. Seit wann ist er denn tot? Fünf Jahre jetzt. Er steckte viel Liebe in diesen Hain. Er pflanzte sie, wenn er konnte, doch er pflückte sie nie. Er zog es vor, sie blühen zu sehen. Das klingt doch gut. Er war also ein guter Mann, der ein gutes Leben hatte? Das war er. Und das hatte er. Ich weiß nicht, wer die alte Bekannte ist. Aber wenn mein Vater sie mochte, muss sie eine gute Seele sein. Wer schneidet hier Zwiebel? Ähm... Tschau, ich lande zurück. Ich sehe noch gut genug. Ist mein Wachdienst vorbei? Hast du von Großmutters Gärtner gehört? Ja und nein. Ich hab die Scharlachstähle auf sein Grab gelegt. Seine liebste Blume, glaubt seine Tochter. Er liebt es, sie blühen zu sehen. Er ist tot. Doch er hat über die Jahre an mich gedacht. Das muss mir ausreichen. Wirklich? Das war's? Bist du sicher, es war der richtige Gärtner? Kräuterkenner? Es schien, als ob du es für einen nutzlosen Gang hieltest. Nun, es hat dir eben etwas bedeutet. Es hätte ein ganz anderes Leben sein können. Schon möglich. Aber dieses Leben war auch nicht so schlecht. Ich hab sogar eine Enkelin, die sich in der Wildnis auf die Suche nach mir macht. Und ich habe Scharlachstähle, die mich an Nilo erinnern. Klingt, als ob deine Großmutter alles im Griff hat. Vielleicht hat sie das. Sag mir einfach, wenn du das nächste Mal hier rauskommen möchtest, ja? Anstatt zu verschwinden. Mach ich vielleicht. Hier, Fremde. Nimm das. Weil du einer alten Frau halfst, sich ans Jungsein zu erinnern. Oh. Sad. That was sad. Oh, Leute. Ich bin jetzt bei der Brutstätte angelangt. Und zwar Kappa. Stufe 40. Wir sind Stufe 44. Könnte schwierig werden. Aber wir schaffen es. Wir schaffen es. Also. Wir haben hier einige Monster. Einige. Bis wir da reinkommen können. Hello. Little guy. Hey. 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 He's dead now. Ähm. Okay. Eins, zwei. Mein Gott, wie schön das aussieht. Okay. Ja. We will do this. He dead now. Guck mal, ob ich da hinten irgendwas finde. Irgendwas Nützliches. Ja. Oh, yeah. Schlimmer, Alter. Okay. Rambazamba. Ab geht die Post. Keine passende Munition. Schwach gegen Säure. Halt, stopp. Oh, was warst du von mir? Mein Goodness. Schon wieder. Ey. Jedes Mal mit diesen Viechern, ne? Bleib ich immer irgendwo hängen. Und dann war's das mit mir. Berserker, Alter. Du kannst jetzt den anderen fertig machen. Zack. Ab geht die Post. Oder macht er jetzt mich fertig? Ich dachte, Berserker ist eine gute Idee. Jetzt dreht er durch. Wo ist der andere denn? Oh, unter mir. Ich wollte. Ich bin irgendwie klappt das jetzt nicht so ganz. Ich bin irgendwie von der Seite angeschossen. Ey. Schande. PlayStation, bitte lass dich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Du bist gleich platt. It's just us. Oh. 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 Was ist das denn? Schrott. Wie gefalle ich dir jetzt? Der kann doch gar nicht einfrieren. Was war das denn? Oh. 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 Ey, du darfst dich kurz mal vorbei, Alter. Ich geh zum Feuern. Mein Gott. Chris. Was sind das für Pfeile eigentlich? I'm crying. Ey. Heiland, darf ich überhaupt irgendwas machen? Hm. Ja, genau. Ich buddel mich auch immer ein. Was hat das denn jetzt gebracht? Verstehe ich nicht. Ah. Ah. So, irgendwie bringen die Pfeile gerade nix. Nein. Jetzt sollte ich es in die Brutstätte schaffen. Ich weine. Junge, bitte was? That's just not true. Ich glaub's nicht. Es hört einfach nicht auf mit diesen Viechern. Ich glaub's nicht. Also, das hab ich jetzt nicht ganz verstanden. okay Sagt mir nicht, das ganze Ding ist unter Wasser. Oh weia. Keine Chance auf einen Unterwasser-Kampf. Ich muss vorbeischneißen. Der kann keine Wirkung geben. Ja. Ja. Äh... Du kannst gerade gar nichts einsetzen. Den lassen wir jetzt erstmal vorbeischwimmen. Den lassen wir jetzt nicht. Den lassen wir jetzt nicht. Den lassen wir jetzt noch nicht. Ich mag Schnappmäule am liebsten, wenn sie weit weg sind. Ich auch. Diese Schaufeln, sie erzeugen Strömungen im Wasser. Ich bin drin. Jetzt den Kern finden und die Maschinenüberbrückungen holen. Na, Gott sei Dank ist nicht alles unter Wasser. Gut. Diese Kiste. Damit könnte ich auf den Vorsprung kettern.